Oskar, der mutierte Killer-Elefant, aus der Kanalisation schrieb mir dieses Telegramm. Er hat ein viel zu kleines Bett im Zoo und außerdem vermisst er seine Schwester so. Er will wie früher in braunem Wasser baden und mit der Familie Giraffen jagen. Also befreite ich ihn aus dem Tier KZ, ein Seil aus Laken und wir waren weg. Ich zeigte ihm das Funkeln der Sterne, doch er wollte nur wieder unter die Erde. Er freute sich, obwohl er nur ein Elefant war, wie ein Honigkuchenpferd auf seine Mama. Doch Mama und Papa, die sind Geschichte. Mama und Papa wurden hingerichtet mit perfekt gesetzten Nackenschüssen. Man sah ihr Blut sich mit Kacke mischen. Bittre Tränen tropften auf Mutters Sinnerein. Noch heute hört man Oskar manchmal aus dem Gulli schreien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017